Der HSV-Kapitän Wir sind in der Schlussphase, jedes Spiel fühlt sich wie ein Endspiel an. Da ist es gut, dass wir wieder mehr personelle Möglichkeiten haben, sagte der 38-Jährige am Karfreitag. Jetzt das aktuelle Trikot des Hamburger SV bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige mit einem Sieg würde der Tabellenzweite bis auf vier Punkte an Spitzenreiter 1. FC Köln heranrücken, allerdings kassierte der Bundesliga-Absteiger zuletzt im Volksparkstadion zwei Heimniederlagen hintereinander. Let's block it's, why?